So, Booster Nummer 1 heute. Genau. Außer vom neuen Foiling gibt es auch noch eine neue Rarität in diesem Set und zwar die SLR. Das ist eine Special Leader Rare, die wurde jetzt eingefügt mit dem Set Beyond Generations und das sind alternative Artworks von... Und hier haben wir gleich die erste Super Rare.